Was macht er denn gerade? Moin! Dass du einfach nur ein Mann aus einem anderen Land bist, der seit Südland nah an der Innen... Nein, ich möchte das nicht. Mal sehen, sie ist irgendwo da. Hat er sich jetzt festgefahren? Ne, hat er nicht. Er lässt mich aber auch nicht vorbei. Ah, jetzt. Hm, mal sehen, was er jetzt macht. Er läuft jetzt hier nur durchs Haus. Hm, mehr macht er auch nicht. Hm. Schönen wir, ist er schon fertig. Ah, jetzt ist es Mudbricks und Mudbricks. Okay, wieder... Nein, ich möchte das Quest nicht annehmen. Jetzt braucht er noch 32. Schon wieder. Aber gut, dass ich da etwas vorbereitet habe. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Habe ich denn Sand und Erde noch? Sand, 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 Sand... Habe ich noch alles. So, diese Steine müssen wirklich nur in der Luft hängen. Äh, Mudbricks da... ... Sand und Erde. Sand und Erde. Sand und Erde. So kann man auch einen Großteil verbrauchen. Und was geht denn aus? Sand. Und kein Schaufen mehr. Moor. Ah, ab und zu mal gucken, dass ich auch aufnehme. Kleine Angst gehabt. So. So. So, plus wird es schon wieder dunkel, ey. Boah, Tag 36 schon wieder vorbei. Am nächsten Tag nehmen wir uns mal wieder ein bisschen Holz vor. Kannst du nur nachts schlafen, hä? Jetzt? Aber jetzt. Aber jetzt. Soll ich dunkel genug, oder was? So, und den Rest da wahrscheinlich den unten gleich an. Hach, endlich wieder schlafen. Schnell, 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 wo? So viel noch was da. Na, wie oft werde ich diesmal in einem Baum stecken bleiben? Das war Nummer eins. Oh! Ach, verdammt, bin ich dann wieder, ja, ich musste eben niesen, sorry. Hm. Passiert manchmal. Den typischen Samstagnieser eigentlich jetzt schon am Donnerstag. Ich hab jetzt gesehen, dass hier unten noch welche waren. Dürfen wir nicht vergessen. Äh, die ich nehme auch mit. So, jetzt kannst du Holz verkaufen, komplett, so wie es ist. Hm, hm, hm. 37 hätte ich gesagt, ja. Hatte ihr gesagt? Hatte ihr gesagt? Hatte ihr gesagt? Dann gucken wir mal eben. Irgendwo muss ja hier... Ach, in der Zeit können wir uns trotzdem nochmal umgucken. Was ist das? Golden Steak. Hungerscroll. Wie mach ich die? Hm, super. Natürlich keine Erklärung dazu. Hungerscroll. Headscroll. Firescroll. Firescroll. Aha. Kann ich da irgendwo ein Feiersprung oder was? Aha. Dann kann ich dann... Brute, brute, brute. Sollen wir diesen Ausritt mal wagen? Nee, wo war das denn? Nee. Ja, genau. Das wollte ich jetzt nicht. Vielleicht nicht nur die... Naja. Moment. Genau. Naja. Mhm. Also ich kann den R drücken. Passiert aber nix. Gucken wir mal. Nö, passiert sonst nix. Mhm. Machen wir das hier nochmal fertig. So. Ah, jetzt werden wir fertig. Sehr schön. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Jetzt müssen wir ganz, sehr schnell dahin. Ganz schnell. Damit nicht die hier mir den Gewinn streitig machen. Ich weiß gar nicht, wie schon wieder nicht, was die bauen wollen. Das ist immer so blöd an der ganzen Geschichte. Na, dann... Ganz schön, dass ich die Tür aufgemacht hab. Na, da-dam. So. So, was wollen die jetzt eigentlich bauen? Ein Bauernhaus wollen sie upgraden. Das, was direkt... Ich wohne da. Ich wohne da. Ich komme da raus. Gleich links rum. Okay, gut. Wollen wir mal gucken. Das Haus wollen die auf... Aufwärten? Oder das? Was ist das denn hier? Eigentlich nochmal. Das ist ein... Ach, das ist auch ein Bauernhaus. Hallo? Oh, ich könnte den an... Äh... Ich könnte ihn engagieren, dass er für mich arbeitet. Hat er gerade die hintere Reihe des Hauses abgerissen? Ne, er weitert jetzt bloß. Sieht trotzdem komisch aus. Na klar, da soll ja auch mehr rein, ne? So, ein schönes Dorf werden. Problem ist das Haus hier. Das passt überhaupt nicht hier rein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Ich geh mal schnell hier rein. Und bin gleich wieder da. Tut mir leid für die kleine Unterbrechung. Musste eben nochmal schnell was gucken. Ob das Essen fertig ist. Und das Bauernhaus ist um ein paar Felder wieder erweitert. Dann machen wir mal... Was machen die? Cold Break? So viele? Wow! Naja, okay. Gut. Das guck ich mir dann mal an. Aber... Wieso bin ich blit? Wo ist mein Kopf? Wo ist mein Kopf? Wo ist mein Kopf? Wo ist mein Kopf hin? Hä? Hä? Ja. Der kopflose Feuerwehr. Das muss ich mir auch nochmal überlegen, was da jetzt passiert ist. Also bis dann. Ciao. Euer kopfloser Feuerwehr. Ciao. Ciao. Ciao.